In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie im MetaTrader 4 Positionen eröffnen können, Ordern setzen können, Teilpositionen schließen können, Ordern verändern können, SLs setzen können, TPs setzen können und dergleichen. Als erstes zeige ich Ihnen, wie Sie sehr einfach mit dem One-Click-Ticket handeln können. Dafür einmal mit der rechten Maustaste in das Chart klicken und dann haben Sie hier den Ein-Click-Handel mit der linken Maustaste draufklicken und Sie sehen, dass Sie hier oben das Ticket haben, wo Sie hier ganz bequem die Handelsmenge einsetzen können, sagen wir zum Beispiel 5 CFDs und über die rechte Seite kaufen können, mit links draufklicken, kaufen bzw. über die andere Seite hier Sell, verkaufen. Ja, Sie sehen, mit jedem Klick wird eine neue Position eröffnet, es ist also im MetaTrader auch möglich, gegenläufige Positionen aufzubauen. Wenn Sie diese schließen wollen, ganz einfach hier unten, haben Sie ein kleines X hinter jeder Position, ein Klick und die Position ist geschlossen. Ich zeige Sie nochmal kurz hier, die Menge eingeben, kaufen, klicken, Sie kaufen, mit X wieder schließen oder hier können Sie verkaufen, einmal draufklicken und mit X wieder schließen. Wenn Sie Pending Order, das heißt also eine Limit Order oder eine Stop Buy, Stop Sell Order setzen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Chart und dann haben Sie hier den Menüpunkt Handel und dort können Sie entweder schon vorgefertigt die Menge, die hier oben eingestellt ist, zu dem Kurs, wie Sie den hier sehen, ein Buy Limit oder einen Sell Stop eröffnen. Alternativ, was ich empfehlen würde, hier auf Neuer Auftrag, dann haben Sie die richtige Order Maske. Sie sehen dann hier in der Order Maske, dass er automatisch das Wertpapier nimmt, was Sie im Chart ausgewählt haben, also den DAX jetzt in meinem Fall. Hier wählen Sie das Handelsvolumen aus, Sie können das auch mit der Tastatur eingeben, meinetwegen wieder fünf Stück. Und dann sehen Sie hier bei Typ, wo Sie entweder eine Marktausführung wählen können, dass Sie also jetzt sofort kaufen oder verkaufen oder aber eine sogenannte Pending Order auswählen können. Pending Order heißt entweder eine Limit Order oder eine Stop Order. Wir wählen jetzt mal die Marktausführung. Dann können Sie noch angeben, wenn Sie das möchten, dass Sie eine Verlustabsicherung haben und eine Gewinnmitnahme. Also Stop Loss ist die Verlustabsicherung, Tech Profit ist die Gewinnmitnahme. Dort geben Sie einfach einen Kurs ein, beispielsweise 11.129, als für eine Short Position, wenn der Kurs unterhalb ist und Tech Profit meinetwegen bei 11.124 und dann sagen wir hier Sell. Und Sie sehen, dass jetzt eine Sell Position direkt ausgeführt worden ist mit Stop und mit einem Tech Profit im Chart. Sie können selbstverständlich, wenn Sie den SL hier packen als Linie mit der linken Maustaste verschieben, den Tech Profit auch entsprechend verschieben. Und achten Sie bitte mal hier auf den Bereich, hier links. Sobald ich die anfasse, sehen Sie auch direkt, was das in Euro für Sie bedeutet. Also hier sehen Sie dann 150 Euro Gewinn in dem Moment. Oder beim Stop würden Sie dann sehen, Minusbetrag, was Sie dann an Verlust realisieren, wenn Sie die Verlustbegrenzung einbauen. Also einfach nur mit der linken Maustaste anfassen und entsprechend im Chart verschieben. Auch hier wieder die Position, wenn Sie die manuell schließen wollen, auf das X und die Position ist weg. Ich zeige Ihnen das jetzt nochmal für eine Limit Order. Rechte Maustaste, Handel, neuer Auftrag. Und jetzt wählen wir anstatt Marktausführung eine Pending Order. Und dann sehen Sie, dass er Ihnen hier auch vorgibt, was Sie machen können. Also ein Kauflimit, ein Verkaufslimit, Kaufstopp oder ein Verkaufsstopp. Wir nehmen jetzt mal ein Verkaufslimit. Dann tragen Sie hier den Limitpreis ein. Also beispielsweise, wenn ich hier unten bei 11.095 kaufen will, trage ich die 11.095 ein. Und Sie können, wenn Sie möchten, dann hier direkt eine Verlustbegrenzung mit eingeben. 11.085 beispielsweise. Und hier eine Gewinnmitnahme. Also müssen Sie nicht machen, wie gesagt. 11.143 als Beispiel. Und hier, wenn Sie möchten, können Sie auch sagen, wie lange diese Order Gültigkeit hat. Also beispielsweise, wenn die heute Abend um 19 Uhr rausgenommen werden soll, dann können Sie hier eintragen 19 Uhr. Und dann ist sie auch nur bis 19 Uhr gültig. Ich platziere das mal. Sie sehen auch hier direkt im Chart Buy Limit, den SL dabei. Wenn Sie auf die Linie drüberfahren, sehen Sie auch direkt, wie viel Gewinn und Verlust das für Sie bedeutet. Einmal in Euro, einmal in Punkten. Also wenn Sie ein Eurokonto haben. Und Sie können jetzt auch im Chart das Buy Limit verschieben. Einfach auf die grüne Linie, linke Maustaste festhalten und Sie sehen, dass Sie damit die ganze Order verschieben können. Ja, Stopp und Limit bleibt im gleichen Abstand, wie Sie es eingestellt haben. Wenn Sie nur den Take Profit oder den Stopp Loss verschieben wollen, gehen Sie hier auf die Linie und ziehen den entsprechend dahin, wo Sie den haben wollen im Chart. Auch hier sagen wir noch mal Packs schließen. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie das machen können, dass Sie gar nicht mal den Stopp Loss und den Take Profit nachträglich ändern, beziehungsweise in dieser Order Maske ändern müssen, sondern dass Sie den direkt im Chart setzen können. Wir gehen eine Marktposition ein. Ich kaufe jetzt mal als Beispiel. Und jetzt haben Sie die sehr schöne Möglichkeit im Metatrader, dass Sie einfach die Linie, die Einstiegslinie, das muss eine offene Position sein, mit der linken Maustaste festhalten und wenn Sie die in den Verlust ziehen, dann zeigt er Ihnen automatisch hier den SL, die Verlustbegrenzung. Loslassen, dann ist der Stopp Loss gesetzt. Und wenn Sie hier von der Einstiegslinie in den Gewinn ziehen, dann sehen Sie, dass Sie hier einen Take Profit haben und sehen auch direkt den Betrag, den Sie dort verdienen würden. Ja, das heißt also, ich muss nicht über die Order Maske das machen oder das eingeben. Ich kann einfach eine Positionslinie mit der linken Maustaste packen, in den Verlust ziehen, dann macht er automatisch einen Stopp Loss oder in den Gewinn ziehen, dann macht er automatisch den Take Profit. Und jetzt sehen wir auch jetzt immer kurz im Prinzip vorm Gewinn. Und wenn er noch ein Tick höher geht, dann nimmt er den auch mit. Ja, jetzt haben wir den Gewinn realisiert. Und dann könnten Sie wieder einsteigen, meinetwegen Short. Ich packe mir wieder die Einstiegslinie, ziehe ihn jetzt nach oben im Short-Bereich für die Verlustbegrenzung. Ich zeige Ihnen das nochmal hier. Dann sehen Sie direkt hier den Betrag. Und wenn ich die Einstiegslinie in den Gewinn ziehe, sehen Sie direkt den Take Profit auch mit dem Betrag. Also das ist denkbar einfach und wirklich sehr gut zu handhaben. Wenn Sie das doch lieber eingeben wollen, dann einfach mit der linken Maustaste auf den SL oder auf den TP hier unten klicken. Also auch bei der Position, die Sie ändern wollen. Das kann ja sein, dass Sie mehrere Positionen drin haben. Dann können Sie einfach auf die Position klicken, wo Sie das ändern möchten. Doppelklick mit links drauf. Und Sie können hier den SL eingeben. Was ist das eine Buy Position 11100 zum Beispiel und Take Profit. Können Sie auch angeben, wenn Sie 0 drin steht, heißt das immer, dass Sie keinen Take Profit oder keinen Stop-Loss haben. Und dann sagen Sie einmal hier ändern. Und dann sehen Sie, dass der SL hier eingegeben ist. Schließen, wie gesagt, wieder hier drüber, über das X. Wenn Sie Teilschließung vornehmen wollen, das funktioniert auch. Ein Doppelklick auf das Volumen hier. Dann sagen wir, wir wollen von der Cell Position jetzt 1 CFD schließen von den zwei. Doppelklick mit der linken Maustaste. Und dann geben Sie hier oben das Volumen an, was Sie schließen möchten. Sagen wir mal als Beispiel 0,5. Und dann sehen Sie auch, dass Sie hier unten jetzt in gelb schließen von 0,5 DAX CFDs zum Marktpreis. Achten Sie mal drauf jetzt hier, es sind zwei Stück drin. Ich schließe jetzt 0,5. Dann sehen Sie, dass wir jetzt hier nur noch 1,5 CFDs im Markt haben. Also linke Maustaste für das Volumen. Doppelklick. Hier oben die gewünschte Menge eingeben. Und dann sagen Sie schließen, sehen Sie auch hier, dass Sie dann nur diese Teilmenge schließen. So, ich schließe die jetzt nochmal hier. Ja, und so können Sie im Prinzip sehr simpel ordern. Entweder über die Ordermaske, über das Einklickticket. Ja, oder aber auch, was bei MediaTrader ja der große Vorteil ist, dass man Dinge programmieren kann. Ja, wir zum Beispiel haben für unsere Kunden programmiert einen Chart-Trader, wo Sie dann beispielsweise direkt Ihr Risiko einsetzen können. Ein CRV, wo er die Gewinnmitnahme setzt. Und auch wie er automatisch den Stopp beispielsweise auf Entry nachzieht. Und das ist dann eine schöne Sache, dass Sie dann einfach in Chart per Doppelklick dorthin klicken, wo der Stopp sein soll. Doppelklick. Und dann sehen Sie dann rechnend automatisch die Menge, dass wir in meinem Fall hier 100 Euro Risiko haben. Ja, 101, wie Sie auf der linken Seite sehen. Und hier setzt er dann automatisch auf das Doppelte vom Risiko, also auf 200 Euro den TP. Also, was ist auch sehr schön möglich. Und wir haben auch direkten einprogrammiert noch ein Alles-Schließen-Knopf, wo Sie dann einfach nur hier draufklicken können. Und er schließt sofort alles. Also, das ist einfach Sachen, die man dann sehr flexibel programmieren kann. Einfach nur, dass wir mal gesehen haben, dass zusätzlich zu dem Einklickticket und zu der Order-Maske dann auch weitere Sachen möglich sind, die das im Trading professioneller machen können.